Ja, willkommen am Rappu-Stand hier auf der IFA 2013 in Berlin. Mein Name ist Michael Schmidt und ich möchte euch jetzt hier mal die neuen Bluetooth-Lautsprecher von Rappu vorstellen. Wir haben hier unterschiedliche Kategorien, angefangen mit dem A300. Das ist ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit den Technologien Bluetooth 4.0. Wir haben hier die neueste NFC-Technologie, also sprich, wenn ein NFC-Gerät besitzt, kann das einfach hier hinten dran halten. Hat den Vorteil, NFC bedeutet Near-Field-Communication. Du hältst das Gerät hier dran, er schaltet automatisch Bluetooth an deinem Smartphone beispielsweise an und connectet dich automatisch mit Bluetooth. Du musst nicht mehr in einer Liste irgendwie kurz gucken, welches Gerät ist denn meins. Einen Code noch eingeben, gehört alles der Vergangenheit an, dank der neuen NFC-Technologie. Das Gerät wird hinten an- und ausgeschaltet, wird über Micro-USB aufgeladen und besitzt auch einen 3,5-Klinkeneingang. Generell wird das Gerät bedient oben über die Touch-Bedienung. Folgende Funktionen sind noch mit neu dazugekommen. Wenn ich zweimal auf die Kopfhörertaste drücke, wählt ihr automatisch mein Gespräch, was ich auf meinem Telefon als letztes gewählt habe. Oder drücke ich nochmal drauf, kann ich wieder auflegen. Wir haben hier ein Mikrofon verbaut, sprich die Lautsprecher sind auch mit einem Mikrofon ausgestattet, sodass ich die Box auch als Freisprechanlage nutzen kann. Das Ganze kommt in einem schicken gebürsteten Aluminium daher und ist insgesamt in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Hier habe ich jetzt mal zwei, blau und grau. Hier oben sehen wir auch noch dunkelgelb, beziehungsweise Mokka ist das fast. Draußen haben wir noch jede Menge andere Farben, Rot, Gelb, alles mit dabei. Das ist das Einsteigermodell, wird preislich ungefähr roundabout bei 50 Euro liegen. Gucken wir uns den nächsten an, das ist der A500. Das ist ja der mittlere Lautsprecher von den dreien, den wir hier vorstellen, beziehungsweise vier, den zeige ich gleich im Anschluss nochmal. Ja, das Gerät hat auch wieder ein Mikrofon, hat einen Laut- und Leise-Regler, wird hinten eingeschaltet über den An- und Aus-Button. Hier haben wir auch einen Mini-USB-Stecker und ein 3,5-Klinken-Gerät. Auch hier wieder NFC-Technologie, Smartphone dran halten und innerhalb von wenigen Sekunden automatisch connecten. Preislich liegen wir hier bei der größeren Version ungefähr bei 70 Euro und natürlich auch wieder in fünf bis sechs verschiedenen Farben erhältlich. So, gucken wir mal uns, ich hätte fast gesagt Flaggschiff in der Runde, das ist es noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall schon im Vergleich zu den beiden anderen Geräten ein deutlich besseres, leistungsstärkeres Gerät. Wir haben hier den A600 erstmal, oben auch wieder mit den sogenannten Touch-Gesten, laut und leise und die Bluetooth-Taste in der Mitte. Das Gerät wird auch hinten wieder eingeschaltet über den Kippschalter hier, links und rechts, wird aufgeladen über Mini- oder beziehungsweise Micro-USB sogar. Hier haben wir den 3,5-Klinken-Stecker, auch wieder in fünf bis sechs verschiedenen Farben erhältlich, steht noch nicht ganz genau fest, deswegen sage ich immer fünf bis sechs. Bei dem Lautsprecher haben wir die sogenannte Radiation-Airflow-Technologie, das bedeutet, wir haben vorne einen aktiven Lautsprecher, an den Seiten zwei passive Lautsprecher. Das bedeutet, die sogenannten Schallwellen, die werden in diesem Resonanzkörper nach hinten quasi nochmal durch die passiven Lautsprecher links und rechts nochmal geleitet. Dadurch haben wir wirklich einen kräftigeren Bass, der auch wirklich ein bisschen mehr Raumklang noch bietet und wirklich intensiver auch zu hören ist. Wir haben hier ein Dual-Mikrofon verbaut, alle anderen haben ein normales Mikrofon verbaut. Hier haben wir ein Dual-Mikrofon verbaut, das bedeutet, das eine Mikrofon filtert die ganzen Nebengeräusche raus und das eine Mikrofon konzentriert sich wirklich nur auf die Stimme. So, dadurch haben wir eine bessere Sprachübertragung und wir haben hier eine Akkulaufzeit von ungefähr 15 Stunden im vollen Betrieb. Und ein Lithium-Ionen-Akku ist hier auch mit verbaut und das Gerät wird preislich ungefähr bei 90 bis 100 Euro liegen voraussichtlich und wird in circa ein bis zwei Monaten verfügbar sein. Ich denke mal eher November als Oktober. Und ja, das ist der A600. Achso, ein Feature habe ich bei den drei Produkten komplett noch vergessen. Wir haben natürlich auch die Multi-Point-Connection. Das bedeutet, ich kann ein Gerät quasi mit mehreren Smartphone-Bluetooth-Geräten verbinden. Hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und einen Film auf meinem iPad gucke und parallel ruft beispielsweise meine Freundin an und ich gehe an mein Telefon dran, wechselt er automatisch zwischen den beiden Geräten hin und her und ich kann somit mit einem Lautsprecher quasi von mehreren Geräten bedient werden. Das ist quasi die sogenannte Multi-Point-Connection. So, jetzt gucken wir uns zu guter Letzt nochmal den A800 an, das Flaggschiff aus der ganzen Serie. Den haben wir euch auf der CeBIT schon mal als A8060 vorgestellt. Den haben wir jetzt nochmal komplett überarbeitet, deswegen ist er auch noch nicht erschienen. Sollte ja eigentlich schon im Mai, Juni rauskommen. Haben wir nochmal überarbeitet, jetzt neu mit dazugekommen sind auch die NFC-Technologie. Wir haben hier einen Annäherungssensor mit dabei. Sprich, wenn ihr die Box irgendwie nachts im Einsatz habt, geht ihr einfach quasi nur mit der Hand quasi hier vorne drüber. Sobald sich die Hand nähert, gehen hier oben auf der Oberseite die Tastenbeleuchtung an. Hat den Vorteil, dass man sie in A nachts einsetzen kann und das ist natürlich akkuschonender, wenn die Tasten nach wenigen Sekunden quasi jetzt sehen, was hier ausgehen. Jetzt gehe ich hier einmal nur quasi rüber, jetzt gehen sie an. Mal kurz die Live-Demonstration. Sonst kennen wir den Lautsprecher schon, das sind so die neuen Technologien, die wir nachträglich mit eingebaut haben. A, natürlich die Multipoint Connection ist jetzt auch wieder mit dabei. Preislich liegen wir hier bei 150 Euro. Wird denke ich mal auch in den nächsten Monat, Anfang November, Ende Oktober verfügbar sein. Klar, ausgestattet mit Bluetooth 4.0 sind alle Geräte. Hier haben wir sogar noch die neueste APTX-Technologie mit dabei und kann betrieben werden auch natürlich per Kabel oder per Funk. Auch der 3,5-Klinken-Stecker ist wie bei allen Audio-Geräten mit dabei. Und ja, das war so eine kleine Übersicht von den neuesten Lautsprechern hier auf der IFA, die wir vorstellen bei Rappu. Ganz verschiedene Farben, neueste Technologien und ja, schickes, edeles Design. Und überzeugt euch mal selbst, in ein, zwei Monaten habt ihr die Möglichkeit, euch die Sachen überall anzugucken. In jedem Retail, Mediamarkt, Saturn oder halt auch sonst online bei Amazon. Oder halt auch bei PCmax.de auf der Webseite, wenn die Sachen einzeln vorgestellt werden. Und so viel erstmal von mir. Viel Spaß noch auf der IFA und schönen Abend. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020